Was sagst du zum Saisonauftakt heute? Simo, heute zum Saisonauftakt 3 zu 0 gegen Fulda. Du selbst direkt im ersten Spiel auch 3 zu 0 gegen Van Oumeng. Was sagst du zum Saisonauftakt heute? Toll, das war natürlich ganz wichtig für uns. Gut anzufangen. Aber ich war ein bisschen nervös vor meinem Spiel. Ich spiele momentan nicht mein bestes Niveau. Aber ich kämpfe und habe gut gespielt. Souverän von Anfang nicht so viele Probleme gehabt. Aber ich bin sehr zufrieden. Auch für die Mannschaft, auch für Alvaro. Das war sein erstes Spiel und wir sind jetzt sehr zufrieden. Kanak, heute 3 zu 0 gegen Fulda zum Saisonauftakt. Du selbst mit dem Break gegen Aruna als Nummer 2 gegen die Nummer 1 der Gegner. Was sagst du zum Spiel heute? Ja, ich bin sehr glücklich. Besonders für die Mannschaft war ein sehr guter Anfang für die Saison. Aber es war eine sehr gute Atmosphäre in der Halle. Ich bin sehr glücklich, es war ein guter Anfang. Aber es war eine lange Saison. Wir bleiben im Fokus und sehen, was passiert. Ich bin sehr glücklich für meine Saison. Aber es war nicht der Start, wie ich wollte. Es war nicht der Start. Aber es war nicht der Start. Ich bin sehr glücklich für meine Saison. Aber es war nicht der Start, wie ich wollte. Ich bin sehr nervös. Ich konnte meinen Spiel auch bringen. Alex Kazan war sehr gut und dominiert das Spiel. Und es war etwas für ihn. Es war etwas für ihn. Es war sehr glücklich für ihn. Es war sehr glücklich für mich. Und ich konnte meine Chance nehmen. Und mich fokussend. Und gewinnen für das Team. Und ein 3-0 gewinniere, das ist sehr wichtig. Fuh, heute zum Auftakt der Saison. 3-0 gegen Fulda in Ochsenhausen. Was sagst du zum Spiel heute? Ich bin sehr zufrieden mit unseren Jungs. Und natürlich als Erster-Spieler-Heimspieler haben wir 3-0 gegen eine Start-Mannschaft in Fulda. Und ja, der Erster-Spieler ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ich denke mal für jede Mannschaft auch sehr wichtig. Natürlich, jede Saison Erster-Spieler für alle Mannschaften ist sehr schwer. Und wir haben auch natürlich verdient. Wir haben auch vorher knapp einen Monat vorbereitet. Und sehr besonders, heute ist Abarbo. Also diese Erster-Spieler-Eine-Saison bei uns. Also 0-2 hinten. Und ja gut, ich habe auch ein bisschen Glück. Ein anderer Spieler, Kazan, hat ein bisschen verlässt. Aber draußen haben wir so eine gute Packung gemacht. Und eine haben wir gewonnen. Ja. Also wir machen so weiter. Ja. Ja.